In der Gruppe B gilt gleich das erste Spiel als Spitzenspiel. Die Regionalliga-Westmannschaft FC Wacker Innsbruck Amateure trifft auf die UPC-Tiroliga-Mannschaft Union Innsbruck. Die Schwarz-Grünen sind in der Endphase der Vorbereitungen auf die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Tommy Grumser geht auch früh mit 1 zu 0 in Führung. Mit dem schönen Treffer zum 2 zu 0 scheint alles entschieden zu sein, aber die Union gibt nicht auf, kann aber nur mal den schönen 1 zu 2 Treffer zielen. Im zweiten Spiel trifft der IAC aus der Landesliga-West auf den FC Veldidehner aus der Gebietsliga-West. Der Außenseiter aus Wilken geht durch einen Freistoß mit 1 zu 0 in Führung, aber die Freude ist nur kurz, da der IAC mit einem schönen Treffer den Ausgleich erzielt. Mit einem schönen Spielzug und einem leicht abgefälschten Ball fixiert der IAC den 2 zu 1 Siegestreffer. Die Veldidehner trifft im nächsten Spiel auf den FC Wacker Innsbruck Amateure. Die neue Truppe von Karl Kraxner kann gegen die Regionalliga-Mannschaft gut dagegenhalten, muss sich am Ende aber doch mit 13 zu 0 geschlagen geben. Die Schwarz-Grünen sind somit auf Halbfinarkurs. Stark präsentieren sich auch die heimischen Schiedsrichter beim Innsbruck Cup, die mit ihren Top-Schieres die Spiele leiten. Im vierten Spiel ist die Union Innsbruck gegen den IAC leichter Favorit, aber die Mannschaft von Union-Trainer Zoran Danaskowitsch trifft auf eine kämpferische Truppe von IAC-Trainer Martin Gasser und gewinnt nur knapp mit 1 zu 0. Gegen den FC Wacker Innsbruck Amateure muss der IAC seinen bisherigen starken Leistungen Tribut zollen. Die Schwarz-Grünen Youngster überfahren die Landesliga-Mannschaft regelrecht und gewinnen mit 8 zu 0. Die FC Wacker Innsbruck Amateure stehen somit im Halbfinale und treffen auf den Sportverein Innsbruck. Unter anderem waren bei Wacker auch Simon Piesinger, Alexander Fröschl und Alexander Gründler im Einsatz. Im letzten Gruppenspiel sichert sich die Union Innsbruck im Spiel gegen den FC Veldidehner den zweiten Tabellenplatz und den Einzug ins Halbfinale. Die Union trifft dabei auf die SVG Reichenau. Gegen Veldidehner kämpft sich die Union einen 3 zu 0 Erfolg.